Um den Erfolg zu bekommen, musst du das Spiel erstmal einmal durchspielen. Es ist vollkommen egal, auf welchem Schwierigkeitsgrad, also du kannst auch auf Easy das Ganze machen. Dann gehst du in Boni, du hast jetzt einen Bonus-Mode. Dann würde ich dir raten, ein bisschen Söldner zu spielen, um ein paar Punkte zu sammeln. Denn im Bonus-Shop siehst du oben, brauchst du Punkte und zwar AP-Punkte, also nicht Geld, also nicht Leih. Dann gehst du hier runter und hier haben wir verschiedene Modelle. Also du siehst hier zum Beispiel ein Modell, du kaufst das alles, also kaufst sie dann alle. Dann gehst du runter, jetzt kommt dann hier Konzept-Arts, die kaufst du dann auch alle. Und jetzt kann es sein, dass du dich wunderst, okay, warum kriege ich den Erfolg nicht ganz einfach? Also Erfolg-Trophäe, ganz einfach, weil du die nicht alle angeguckt hast. Also das bedeutet, wir gehen jetzt rein und jetzt können wir mit R2 einfach durchschalten. Also wir schalten jetzt einfach mal alle durch. Ja, und dann, wenn du alle durchgesuchtet hast und alle durchgeguckt hast, dann bekommst du den Erfolg-Trophäe. Das kann wirklich ein bisschen dauern. Dasselbe machen wir dann mit den Modellen. Wir schalten die alle durch. Ja, und dann bekommst du auch den zweiten Erfolg, die zweite Trophäe. Wenn du dich traust, das ganze Spiel zu platinieren, findest du unten in der Videobeschreibung ein Platin-Guide. Wir haben das Ganze so gemacht, dass du in drei Runs alles sammelst und die gesamte Platin bekommst. Bis zum nächsten Mal.